Jagd auf australische Wasserbüffel Wir sind nach Down Under, dem fantastischen und unverdorbenen australischen Kontinent gegangen, um auf Wasserbüffel zu jagen. Der Berufsjäger und Safari-Veranstalter Graham Williams von Australian Buffalo Hunters hat eine besonders spannende Jagd arrangiert. Wir begleiten Torben Lüngsö, wie er einen australischen Wasserbüffel auf nur drei Meter erlegt. Patrick Rath und Chris Burton jagen auch auf Büffel in der Point Black Range. Die Jagd in diesen riesigen Konzessionen läuft fast genauso ab wie eine klassisches Zeltsafari in Afrika. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020